Sind Anleihen riskanter als Aktien? Das ist die interessante Frage, mit der wir uns in diesem Video beschäftigen und damit herzlich willkommen zu Christophs Aktienkurs, erst in finanzielle Bildung investieren und dann in Aktien. Diese Frage hat sich auch schon mal ein sehr bekannter Mensch gestellt, nämlich der Jeremy J. Siegel und der ist Professor für Finanzwissenschaft an der Wharton School, das ist eine recht bekannte Business School in den USA, gehört glaube ich zur Pennsylvania University und der schreibt auch regelmäßig Kolumnen für verschiedene Finanzmagazine und ist regelmäßig auch bei CNN und so weiter zu sehen. Und der hat auch verschiedene Bücher veröffentlicht und unter anderem auch das relativ bekannte Buch Stocks for the Long Run, hier die Originalfassung und es gibt das Ganze auch in der deutschen Übersetzung, heißt hier ja Aktien für die Ewigkeit. Nun worum geht es im Prinzip in diesem Buch? Es geht hier um nicht zu sehr, sag ich mal einzelne Aktien irgendwie vorzustellen, sondern es ist auf jeden Fall eine allgemeinere Thematik. Das heißt ja Aktien und Anleihenrenditen seit 1802 werden hier mal in sehr langen Zeitreihen beleuchtet. Warum sind Aktien eigentlich grundsätzlich weniger riskant als Anleihen? Jetzt habe ich nämlich sozusagen unsere Frage schon beantwortet, das ist auch ein Thema, schauen wir uns gleich näher an und ja natürlich auch schaut er sich auch an steuerliche Einflüsse auf Aktien und Anleihen, auch viele Themen zum Thema Aktienbewertung und auch so ein bisschen Behavioral Finance, also Anlage, Psychologie, also ein sehr, sehr breiter Mix in diesem Buch und sehr, sehr viele, ja ich sag mal Ideen und Eindrücke, die es da gibt. Und wenn ihr euch da mal näher zu informieren wollt, ich habe die Links hier mal in der Videobeschreibung mit eingebaut, könnt ihr euch also mal entsprechend anschauen. Ich habe das, die Fassung von 2008, die Bücher, die ihr jetzt hier seht, sind glaube ich von 2014 bzw. die deutsche Übersetzung sogar ganz aktuell von 2016, da geht es dann auch um die Finanzkrise und so weiter. Und aus diesem Buch, Stocks for the Long Run, habe ich auch die folgende Grafik entnommen, die sich eben ja mal genau mit dieser Frage beschäftigt, nämlich sind Anleihen tatsächlich riskanter als Aktien oder ist das nicht so? Und ja, diese Grafik, die will ich euch jetzt natürlich einmal kurz erläutern. Also was zeigt diese Grafik? Also die Grafik zeigt letztendlich die ja maximale und minimale durchschnittliche jährliche Rendite nach Inflation, ganz wichtig, für Aktien und Anleihen bei verschiedenen Haltedauern und zwar in einem Gesamtzeitraum von 1802 bis 2006. Also ihr seht hier dieser erste Balkenbereich, das sind wirklich die Aktien, das ist also hier das Orangene und das Rote, dann kommt der blaue Bereich, das sind die Bonds, also das sind normale Staatsanleihen und dann kommen hier nochmal die Treasury Bills, das sind also relativ kurz laufende Staatsanleihen. So sind also im Prinzip hier immer diese ja Blöcke aufgebaut und jetzt seht ihr hier unten mal die ja Haltedauer in Jahren, das heißt hier vorne dieser Block, diese Renditen beziehen sich also alle auf eine ja Haltedauer von einem Jahr und so geht das dann weiter. Ein Jahr, zwei Jahre, dann hat er auch für fünf Jahre, guckt für zehn, für zwanzig und für dreißig Jahre und dann seht ihr hier auf der Y-Achse entsprechend die durchschnittliche Jahresrendite. Also wie ist das Ganze jetzt zu verstehen? Gehen wir mal vielleicht hier auf diesen fünf Jahreszeitraum und interpretieren diesen mal, damit wir es auch wirklich verstehen. Er hat also geschaut, wie war im Gesamtzeitraum 1802 bis 2006, also in fast 200 Jahren, wenn ich meine Aktien fünf Jahre am Stück gehalten habe, was war dort sozusagen der Zeitraum mit der besten durchschnittlichen Jahresrendite? Und das waren 26,7 Prozent. Das heißt, es gab also in diesem 200-Jahres-Zeitraum einen Fünf-Jahres-Zeitraum, ja hier unten einen Fünf-Jahres-Zeitraum, in dem ich durchschnittlich 26,7 Prozent Rendite erzielt habe. Das war sozusagen das Beste, was ich erzielen konnte. Da gab es irgendwann mal fünf Jahre und das waren sozusagen die besten fünf Jahre und zwar wie gesagt Rendite nach Inflation, also mit Berücksichtigung von Inflation. Und dann hat er auch geguckt, was waren denn in diesem 200-Jahres-Zeitraum die schlechtesten fünf Jahre am Stück? Und da ist meine Rendite hier negativ bei minus 11 Prozent. Das heißt, es gab also irgendwann mal fünf Jahre, wo ich im Schnitt minus 11 Prozent pro Jahr gemacht habe. So, das ist mal grundsätzlich zur Erläuterung, wie diese Balken hier zu interpretieren sind. Und das Gleiche hat er eben hier entsprechend auch für die beiden Anleihenbereiche gemacht. Und jetzt ist natürlich extrem interessant, sich mal anzuschauen, wie sich diese maximalen und minimalen Renditen sozusagen mit unterschiedlichen Haltedauern entwickeln. Schauen wir mal hier bei einem Jahr zunächst. Da sehen wir ganz klar, dass die Aktien sowohl natürlich, dass es da hier einmal ein Jahr gab, wo die Aktien wirklich extrem hoch rentiert sind mit fast 70 Prozent. Aber in diesem 200-Jahres-Zeitraum gab es auch mal ein Jahr, wo die Aktien 40 Prozent verloren haben. Übrigens hat er hier einen relativ breiten Aktienindex gewählt. Wie der sich jetzt genau zusammensetzt, schreibt er nicht. Die Auswertung, die Daten beruhen aber anscheinend auf seinen eigenen empirischen Analysen. Er sagt also nur im Text des Buches auch, dass er also hier entsprechend, ja ich sag mal, Small Caps, Large Caps und eben ein recht breit diversifiziertes Portfolio, also ähnlich wahrscheinlich eines S&P 500 Indizes oder so heranzieht, um das eben mal darzustellen. So, dann bleiben wir noch mal bei dem Einjahres-Zeitraum. Wir sehen auch ganz klar, dass in einem Einjahres-Zeitraum die maximal negative Rendite von Anleihen schon deutlich geringer ist als von Aktien. Das heißt, wenn man jetzt das Risiko mal misst sozusagen oder Risiko mal gleicht jetzt mit dem Worst Case, also was kann im schlimmsten Fall passieren oder was ist im schlimmsten Fall passiert, dann waren Anleihen hier auf jeden Fall safer. So, jetzt gehen wir mal weiter. Im Zweijahres-Zeitraum zeigt sich das Ganze noch in einer relativ ähnlichen Struktur, wenn auch schon hier die maximal negative Rendite bei Aktien deutlich geringer ausfällt. Und jetzt wird es aber echt interessant, nämlich hier im, ja, Fünf-Jahres-Zeitraum, der auch schon eingekreist ist und jetzt sehen wir plötzlich, dass Aktien im Prinzip, ja, fast sich jetzt auf dem gleichen Risikoniveau schon bewegen wie Anleihen, wenn man hier von den maximal negativen Renditen ausgeht. Das heißt, es gab im Prinzip in diesem 200-Jahres-Zeitraum bei den Anleihen auch einen Zeitraum, wo man mal 10% jedes Jahr verloren hat im Schnitt und bei Aktien gab es 11%, also noch etwas mehr. Gleichzeitig haben wir bei Aktien hier natürlich schon eine deutlich höhere Rendite, auch eine höhere Maximalrendite. Und jetzt wird es noch spannender, wenn wir jetzt auf 10 Jahre gehen, dann sehen wir schon, dass bei einer Haltedauer von 10 Jahren in diesem Gesamtzeitraum 1802 bis 2006 Aktien immer besser performt haben als Anleihen, beziehungsweise hier die, ja, durchschnittliche negative, die durchschnittliche maximale negative Rendite schon, ja, besser war als von Anleihen. Und das ist schon eine ganz signifikante Thematik. Und jetzt wird es richtig interessant, jetzt gehen wir in den 20-Jahres-Zeitraum und ihr seht, dass hier, wenn ich Aktien 20 Jahre lang gehalten habe, im Zeitraum 1802 bis 2006, also irgendeine Haltedauer von 20 Jahren in diesem Gesamtzeitraum und ich habe immer eine positive Rendite erzielt mit Aktien nach Inflation. Und zwar mindestens hier, ja, 1% oder ich sage mal, im schlechtesten Fall habe ich eben 1% Rendite erzielt pro PA in diesem entsprechenden 20-Jahres-Zeitraum. Im besten Fall habe ich sogar in dem 20-Jahres-Zeitraum 12,6% Rendite erzielt. Bei den Anleihen sieht man hier jetzt auf einmal, dass man auch hier bei einem 20-Jahre, bei einer 20-Jahre-Haltedauer es noch vorkommen kann oder konnte, dass ich im Schnitt 3% negative Rendite gemacht habe. Und was bedeutet das für ein Portfolio? Also 20 Jahre, 3% negative Rendite. Das heißt, die Kaufkraft hat sich hier mit diesem Anleihenportfolio, wenn man denn diese, ja, ich sage mal genau diese Periode erwischt hätte, da hätte sich die Kaufkraft im Prinzip halbiert. Bei 30 Jahren sehen wir einen ähnlichen Trend auch hier, haben Aktien ja mindestens, sage ich mal, oder im schlechtesten Fall jedes Jahr 2,6% Rendite nach Inflation, wie gesagt, gebracht oder im besten Fall hier 10,6%. Und wir sehen auch hier, die Anleihen sind hier auch immer noch im schlechtesten Fall im leicht negativen Bereich. Also, super interessantes Teil. Das heißt, er sagt auch nochmal im Text, bei Haltedauern von über 17 Jahren haben Aktien eigentlich niemals eine negative Rendite nach Inflation erzielt. Und somit kommt er auch zu dem Schluss, und da sehe ich auch ähnlich, das sicherste Langfristinvestment zur Erhaltung der Kaufkraft oder auch zum Vermögensaufbau ist letztendlich die Aktie. Und natürlich hier in Form eines, ich sage mal, sehr stark diversifizierten Portfolios. Ja, wenn ich jetzt natürlich nur drei, vier Aktien kaufe und diese ganz, ganz lang liegen lasse, dann kann das natürlich auch anders aussehen. Also, er geht hier natürlich von einem breit diversifizierten, ja, Aktienportfolio aus. Also, wie ich finde, wirklich eine super interessante Grafik und das einfach mal als ein Beispiel aus diesem Buch. Ja, vielleicht noch ein paar Infos zu, ja, zu Christos Aktienkurse, wenn ihr weitere, ja, wichtige Buchempfehlungen haben wollt oder vielleicht auch noch Hilfe bei der Wahl des richtigen Aktiendepots, bei der richtigen Bank benötigt, schaut mal auf meine Website christophs-aktienkurs.de. Folgt mir auch gerne auf Facebook bei Christophs Aktienkurs. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch über ein Like und über einen Kommentar. Und ich sage mal, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.